Servus Outlaws, ich habe extrem geile Neuigkeiten für euch, denn man weiß endlich das Release-Datum von Red Dead Online, wann kommt der Multiplayer genau raus, das schauen wir uns in diesem Video an, denn es gibt verschiedene Daten, also bleibt auf jeden Fall dran, dass ihr genau wisst, an welchem Tag ihr loszocken dürft. Übrigens, wer jetzt schon gehypt ist, kann gerne Hashtag Hype in die Kommentare posten. Ich hoffe, ihr habt euch alle hingesetzt, auf dem Sofa oder auf dem Klo, denn es wird euch umhauen. Wie gerade schon erwähnt, wird die Beta von Red Dead Online an verschiedenen Tagen online gehen, das berichtet die US-amerikanische Seite Verarity. Die Beta von Red Dead Online, dem Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2, wird aus folgenden Gründen an mehreren Tagen für verschiedene Spiele online gehen, da Rockstar verhindern will, dass die Server zusammenbrechen durch die vielen Anfragen der Leute, die dann eben alle zusammen Red Dead Online spielen möchten. Dieses Phänomen gab es ja schon bei GTA Online, da war zu Release des Online-Modus ja die Server komplett down, überlastet, man konnte nicht wirklich zocken und das möchte Rockstar hier verhindern. Jetzt haltet euch fest, für die Besitzer der Ultimate Edition geht es am 27.11. los, also schon morgen. Die genaue Uhrzeit ist 14.30 Uhr deutscher Zeit, eventuell muss noch ein Patch geladen werden. Jeder, der am Releasetag von Red Dead Redemption 2 gespielt hat, also am 26. Oktober, darf am Mittwoch, den 28.11. Red Dead Online spielen. Für alle anderen, die am 26. bis zum 29. Oktober Red Dead Redemption 2 gezockt haben, also übers Wochenende, dürfen ab dem 29. November Red Dead Online zocken. Für alle anderen, die sich danach eingeloggt haben oder danach das Game gezockt haben, für die geht es am Freitag, den 30. November los. Wie schon erwähnt, handelt es sich um eine Beta-Version von Red Dead Online. Ich denke, Rockstar möchte vorab schauen, ob der Multiplayer läuft und wird dann erst später die endgültige Version freischalten. Wann die kommt, weiß man aktuell noch nicht. Red Dead Online wird alle Tiere vom Singleplayer übernehmen, bietet die Jagd, Angeln, Schatzsuche, Camps und weitere Online-Spielmodi, wie zum Beispiel Deathmatch. Es wird auch kooperative Missionen geben, ich denke, die werden so ähnlich sein wie in GTA Online mit Lamar und Lester. Gibt auch eine kleine Story, da freue ich mich mega drauf und das Spiel wird natürlich mit Updates versorgt. Wenn das nicht die krassesten Nachrichten zum Wochenstart waren, dann weiß ich auch nicht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn euch die News gefallen haben. Wer natürlich noch mehr zum Online-Modus sehen will, kann mich gern abonnieren, denn ich werde alles zum Multiplayer zeigen. Noch mal kurz zur Info, für alle, die die Ultimate Edition gekauft haben, geht schon morgen am 27. November los und zwar um 14.30 Uhr. Für die Leute, die am 26. Oktober, also zur Release des Spiels, gezockt haben, für die geht es dann am Mittwoch, den 28. November los. Für die Leute, die da am Wochenende gezockt haben, vom 26. bis zum 29. geht es dann am 29. November los. Und für die Restigen, die nach dem Wochenende gezockt haben, geht es dann am 30. November los. Das war's soweit von mir, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken, ich bin weg, ciao, haut rein.